So, Hallihallo, heute gibt es einen ganz speziellen Adventskalender und zwar sind wir heute, ich versuche es nochmal, beim Gourmet Curry und haben hier heute auch ein kleines Konzert gespielt, ein kleines Vorstellungskonzert. So, und den Adventskalender machen wir heute zwei ganz besondere Personen, die sich gleich für euch vorstellen werden. Das ist übrigens der Marco Diersen, auch bekannt als Schinken, netter Typ, kann ich euch nur empfehlen. Ja, das ist der Fabian Klitsch, auch ein ganz lieber Junge und er ist auch Single, würde ich nur sagen. Oh, danke schön, danke, ja das stimmt. Und ich glaube, es geht heute übrigens um diesen Schuh und ich werde jetzt einmal die Frage vorlesen. Die Frage ist, um welches Märchen handelt es sich hierbei? Halbstarker, vergeudet, Volksvermögen. Wer das weiß, bitte posten. Dankeschön dafür, danke für die Aufmerksamkeit, schönen Abend, schönen Tag euch noch. Euch auch, dankeschön.